Musik Sagt Ihnen der Name Ludwig Gangenhofer etwas? Nein. Nein, wir sind auch nicht vertraut. Sagt er Ihnen was? Nein. Was für ein Name? Leider nein. Ja, ein bisschen. Aber ich weiß nichts eigentlich. Nein, keine Ahnung. Noch nicht. Ludwig Gangenhofer? Nein. Kennst du Ludwig Gangenhofer? Nein. Okay, das war schon. Haben Sie etwas von Ludwig Gangenhofer in Ihrer Buchhandlung? Nein. Gangenhofer, ganz vergessen? Und dabei war er noch vor wenigen Jahrzehnten einer der meistgelesenen Autoren Deutschlands. Der Heimatschriftsteller verfasste den Herrgottschnitzer von Ammergau, Schloss Hubertus, das Schweigen im Walde. Und der Jäger von Fall. Und der Jäger von Fall, Edelweißkönig, Waldrausch sowie zahllose andere Bücher. Und kein Autor wurde öfter verfilmt als Ganghofer, über 50 Mal nämlich. Man hat ihn Alpenkönig genannt, einen Karl May der Berge, weil in vielen seiner Romane die Berge eine so wichtige Rolle gespielt haben. Stimmt. Gangenhofer war fasziniert vom Wald, von der Jagd und von der Bergwelt. Aber er war viel mehr als nur ein Heimatschriftsteller. Er war der bestverdienende Bestsellerautor seiner Zeit. Ein liberaler Avantgardist, ein Kämpfer gegen die Zensur und Präsident der Münchner Literarischen Gesellschaft. Ganghofer war mit den Schriftstellern Ludwig Thoma, Frank Wedekind und Hugo von Hofmannsthal befreundet. Mit den Komponisten Johannes Brahms, Johann und Richard Strauss, den Malern Franz von Defreger und Friedrich August Kaulbach. Ganghofer war Kunstmäzen und er hat Dichter Rainer Maria Rilke entdeckt, Schauspielerin Adele Sandrock und sogar Komiker Karl Valentin. Er sympathisierte mit dem Satireblatt Simplicissimus, das den Kaiser veralberte. Aber er war der Lieblingsautor Kaiser Wilhelms II.? Ja, und der Kaiser ernannte ihn zum Kriegsberichterstatter, als sich Ganghofer 1914 für die Weltkriegsfront meldete. Ein schwarzer Fleck in Ganghofers Vita. Er veröffentlichte die Eiserne Zitter, den Bericht Reise zur Deutschen Front und andere Frontliteratur und schwadronierte dabei vom Kampf der Völker. Fairerweise muss man sagen, die Kriegsblödigkeit hatte viele erwischt. 1917 distanzierte sich Ganghofer von seiner Kriegseuphorie und dabei war er nicht der Einzige. Nach Ganghofers Tod hat ihn Adolf Hitler als deutschen Volksschriftsteller und Heimatdichter verherrlicht und missbraucht. Ganghofer ist in Kaufbeuren geboren worden. Später hat er in den Bergen gelebt und dort geschrieben. So ähnlich. In den Büchern über ihn steht, dass er in Berlin und Leipzig studiert hat und dass er in Wien und München gelebt hat. In Tirol, am Tegernsee, am Königssee. Aber der für Ganghofers Leben entscheidende Ort, der kommt meist kaum oder gar nicht vor. In Ludwig Ganghofers Leben gab es viele Stationen. Aber es gab nur einen Ort, der kontinuierlich sein Leben und Schreiben geprägt hat. Und das ist Welden. Dieser Ort im schwäbischen Holzwinkel hat ihn menschlich geprägt, künstlerisch inspiriert und literarisch geformt. Das war Günter Hitzler, Vorsitzender des Ludwig Ganghofer Freundeskreises Welden. Was Hitzler meint ist, der 1855 in Kaufbeuren geborene Ludwig kam im zarten Alter von vier Jahren nach Welden. In einer Zeit, in der das Denken gerade erst so richtig anfängt. Die prägende Zeit seines Lebens also. Im schwäbischen Holzwinkel verbrachte Ludwig Ganghofer also seine Kindheit und größere Teile der Jugend. Der Holzwinkel ist im Landkreis Augsburg. Woher der Name kommt, sieht man schon am vielen Holz, das hier überall rumliegt. Oder in den Wäldern rumsteht. Die Ganghofers zogen nach Welden, als Vater August königlich bayerischer Revierförster wurde. Man wohnte in einem feuchten, kalten Häuschen an der Laugna. Erst als Ludwigs Mutter schwer an Typhus erkrankte, hatte der Staat ein Einsehen und baute 1864 ein neues Forsthaus. Indem dann das bayerische Forstwesen reformiert wurde? Ja. Vater August schrieb seine Ideen für diese Forstreform in Welden nieder. Meist in der Nacht übrigens. Später leitete er als Ministerialrat die königlich-bayerische Forstverwaltung. Geadelt wurde er dafür auch. Von Prinzregent Luitpold. Die Ganghofers waren ja nicht irgendwer. Richtig. Bis ins 17. Jahrhundert war die Familie schon mal von Adel. Ein Vorfahr, Jörg Ganghofer, hat die Frauenkirche in München gebaut. Da hat er's also mit Kirchen gehabt, der Ludwig. Wie man's nimmt. Ministrant ist er gewesen, aber was für einer. Das hat er in seiner Autobiografie dem Lebenslauf eines Optimisten beschrieben. Da steht, dass er den Gottesdienst im Wesentlichen im Freien verbracht hat. Weil er der Weihrauchschwinger war und unter freiem Himmel das Weihrauchfass am Rauchen zu halten hatte, während die anderen in der Kirche beteten und sangen. Ein frommes Kind war er trotzdem, der Ludwig. Aber ein Lausbub durch und durch eben auch. Stimmt. Vom Turm der Pfarrkirche musste er von der Feuerwehr gerettet werden. Er war mit Freunden am Kirchturm herumgeklettert und dabei abgerutscht. Früh übt sich. Ganghofer ist später ein begeisterter Bergwanderer und Jäger geworden. Sportlich war er ohnehin. Schon um 1900 radelte er durch die Natur. 1897 hat er seine Plauderei über den Radsport geschrieben. Neben sein Jagdhaus hat er sich auf 1400 Metern Höhe einen Tennisplatz bauen lassen. Und er segelte auf dem Starnberger See. Auf dem Berg hat er schon immer gern gespielt, auch als Kind in Welden. Auf dem Teglerberg in Welden hat Ludwig viele Stunden seiner Kindheit verbracht. Einen Tennisplatz gab es dort nicht, aber jede Menge Abenteuer. Viel später, Ganghofer war schon 20 Jahre alt, versteckte er sich hier vor den Nachstellungen einer liebestollen Polizeikommandantengattin. Die Teglerkirche dürfte Ganghofer nachhaltig beeindruckt haben. In der Kirche findet man nämlich schönstes bayerisches Rokoko und viele Erinnerungen an die reichen Fugger. Josef Maria Graf Fugger hat die Kirche gestiftet. Deshalb findet man heute nicht nur viele Fuggerwappen in der Kirche, sondern auch den Stifter mit der Heiligen Tegler. Noch heute gehört den Fugger'schen Stiftungen rund ein Drittel des Waldes rund um Welden. Das Holz aus dem Holzwinkel trägt zur Erhaltung der berühmten Augsburger Fuggerei bei. Vielleicht hat ja die Schönheit der Malereien in den Weldener Kirchen dazu beigetragen, dass Ganghofer auch noch ein ganz passabler Maler und Zeichner wurde. Zur Teglerkirche führt eine imposante Lindenallee. Auch die erinnert an die Ganghofers in Welden. 1869 hat sie Ludwigs Papa, der Revierförster August Ganghofer, gepflanzt. Papa Ganghofer stiftete die Bäumchen aus seinem Pflanzgarten. Vom Wald um Welden hat Ludwig Ganghofer noch als über 50-Jähriger in seinem Lebenslauf eines Optimisten geschwärmt. Er schrieb, ich kann euch den frohen, wundersamen Rausch nicht schildern, der mich immer überkam, wenn ich im Walde war. Hier hat er doch das Familiensilber vergraben. Mit Geistergeschichten und Storys von vergrabenen Schätzen hatte die Köchin Ottil den neunjährigen Ludwig ganz verrückt gemacht. Weil er keinen Schatz fand, wollte er wenigstens einen vergraben. Also raffte er sein Patenbesteck, die Silberlöffel seiner Mutter und sogar die goldene Uhr und die Uhrkette seines Vaters zusammen und verscharrte alles im tiefsten Dickicht des Schwarzbrunner Waldes. Als die Sache aufkam, hat man eine Woche lang gesucht. Gefunden hat man den Schatz bis heute nicht. Er liegt noch immer bei der Schneeburg, den Resten einer mittelalterlichen Fliehburg. Was man leicht findet, ist die Ludwig Ganghofer Hütte. Man läuft in dieser Ecke auf dem Ganghofer Rundwanderweg und auf dem nahen Hubertussteig. Der Staatsforst nutzt noch heute eine zweite kleinere Hütte, die Vater August gebaut hat. Mitten in Welden ist die Ganghofer Stätte. Im Gasthof zum Hirsch, der hieß früher Rollewirt. Auf dem Dachboden des Gasthofs hatte Ludwig Hühnereier gestohlen. Als er das beichten musste, ist er schier gestorben vor Scham. Vielleicht hat ihn diese kriminelle Kindheit dazu bewegt, später einen Krimi zu schreiben. Manche Typen seiner Weldener Zeit hat Ganghofer in seinen Romanen eingebaut. Etliche Gebirgler stammen in Wirklichkeit aus dem Holzwinkel, wie ein Armenhäusler, der im Herrgottschnitzer vom Ammergau wieder auftaucht. Bis dahin war es aber noch ein weiter Weg. Seine Eltern schickten Ganghofer aufs Internat in Neuburg. Dann war er von 1869 bis 1872 am Augsburger Realgymnasium, wie später Dichter Berthold Brecht. Beide flogen hochkant von der Schule. Und beide wurden sie berühmt. Ganghofer hat Brecht wohl nur einmal getroffen, 1918 bei der Beerdigung von Frank Wedekind. Die Geschichte Augsburgs hat Ganghofer fasziniert. Als Schüler verfasste er 1870 erste lyrische Versuche unter dem Titel »Die Weiße Rose von Augsburg«. Dabei ging es um Philippine Welser. Sein Abitur hat Ganghofer in Regensburg geschafft. Danach kam er wieder nach Welden und dann nach Augsburg. Er fing im September 1873 als Volontär in der Riedingerschen Maschinenfabrik an. Gewohnt hat er nah beim Dom. Dann ging er zum Militär nach Würzburg, später nach München. Er fing an zu studieren und machte seinen Doktortitel. In Welden war Ganghofer im Juli 1875 ein letztes Mal auf Erholungsurlaub im nahen Hegenbacher Pfarrhof nach einer Typhuserkrankung während der Militärzeit. Augsburg hat aber noch einmal eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. Seine ersten Werke wurden in der Schmidtschen Verlagsbuchhandlung verlegt. Aber nachdem der junge Autor mit dem Herrgottschnitzer von Ammergau 1880 einen ersten Bühnenerfolg feiern konnte, wusste er nicht mehr so recht weiter. In dieser Situation erhielt er einen Brief der Reichelschen Buchdruckerei aus Augsburg, der vorschlug, er solle sein Bühnenwerk als Dorfgeschichte herausgeben. Erst warf Ganghofer den Brief weg, dann schrieb er den Roman. Eine atemberaubende Karriere folgte. Zusammengetragen wurden die Erstdrucke, illustrierte Ausgaben und Handschriften Ludwig Ganghofers sowie Sekundärliteratur über ihn von der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Sie ist als Regionalbibliothek für Bayerisch-Schwaben dafür zuständig, die Werke der hier geborenen Autoren zu sammeln. Übrigens nicht nur die Ludwig Ganghofers, sondern auch die in Augsburg herausgegebenen forstwirtschaftlichen Werke seines Vaters August. Der Leiter der Staats- und Stadtbibliothek, Dr. Helmut Gier, beurteilt die Bedeutung Weldens und Augsburgs für Ludwig Ganghofers Leben und Werk so. Die Zeit, in der ein junger Mensch die Erfahrungen und Erlebnisse seiner Umwelt aufnimmt und dafür sehr empfänglich ist, in der sich sein Charakter, seine Weltanschauung und seine Sprache ausbilden, hat Ganghofer im schwäbischen Holzwinkel und in Augsburg verbracht. Welden und die Umgebung von Welden haben die Liebe zur Natur und zur Jagd in ihm erweckt. Das Kennenlernen von rechtschaffenen Leuten im Dorf Welden hat seinen Optimismus, seinen Glauben an das Gute ganz entscheidend befördert. In Augsburg erwachte seine Liebe zum Theater und zur Geschichte. Diese Erfahrungen haben Ganghofer ganz tief geprägt. Sie hat er in sein Werk übertragen und einfließen lassen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020